Dinge, die ich mir anhören darf, wenn ich gleich meine Eltern besuchen gehe. Na, so ohne Mann ist der Kühlschrank mal wieder leer. Mutti, kann ich nicht einfach vorbeikommen, weil ich euch gerne hab? Kannst du schon, machst du aber nicht. Na, Max, zu Hause schmeckt's doch am besten. Na, schmeckt lecker. Das war mir klar. Erfrüßt uns noch die Haar vom Kopf.